Ja, und du hast dir gesagt, dann fährst du hier die Treppe runter, ne? Der Papa macht das mal wieder heil hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lass das mal dem Papa machen. Denn der Papa kann das gut. Hast du auch geschehen. Vor allem dieses unschuldige Wegschleichen vom Unfallort her, Debonius. Der ortsansässige Bürgermeister hat etwas gegen solches betragen, ja? Hä, ich bin einfach die Straße weitergelaufen, bis irgendwo so eine orange Säule steht. Es fehlt viermal Lamber in der Schmiede. Für den Maschinen-Shop. So. Ich bring gleich Lamber vorbei. So, mal du mal gucken. Ach so, deine Hupe geht nicht, sorry. Hier ist Rechtsfahrgebot und das Fahrstuhl ist zu. Ja, ich war gerade kurz, ich habe das im Gegensatz zu dem feinen Herrn Debonius, habe ich das ja sofort dann wieder repariert und behoben. Ja, also bitte nicht schimpfen hier. Wieso, was hat er gemacht? Er wollte die Treppe runterfahren. Das karrt, das karrt aber nicht. Das ist auch gut. Schämt er sich. Kommt nicht oft vor. Ein Wilper kommt. Da ist überhaupt nirgends Platz. Ich fahr mal, pack das mal bei der Fabrik. Komm! Alter, ist ja Kurvenradius von dem Teil. Das ist ja... Oh, wow! Toll, ne? Alter, jetzt... Das ist schon lustig. Ich habe gehört, manche benutzen dieses Fahrzeug, um Schiffskapitäne zu trainieren, wie man am besten ein Schiff rückwärts einparkt. Äh, ich habe schon bei YouTube hinreichend bewiesen, dass ich das alles nicht kann. Also von daher gesehen, wenn ich mich da an Seenoträt erinnere, wo ich versucht habe, das Ding zu wenden, wie man im Auto wendet, da... Was war das nochmal für eine Folge? Folge 12 in Fishing Barren Sea. Du hast nichts gemacht, außer dieser Boje hinterher zu fahren. Ja. Und hast es 15 Minuten lang nicht hingekriegt. Das Spiel funktioniert ruhig nicht mehr. So, die nächste Folge fängt an, du bist an der Boje. Weißt du, wie verarscht man sich dann als Zuschauer fühlt? Nein, verarscht würde man sich fühlen, wenn ich alles rausschneide und so tue, als wenn ich der geilste Hecht im Piranha-Wecken wäre. Ja? Ohne Fehler, makellos und anschließend denken sich Leute, ich bin nichts mehr wert als Mensch, weil ich das in diesem Spiel nicht hinkriege. Das ist lächerlich. Ja, ich habe mich ja mit meinen Kumpels darüber unterhalten und sie meinten, dass es deine Masche wäre, dich dumm zu stellen. Nee, das ist sicherlich keine Masche, ich bin dumm. Ähm, das ist sicherlich nicht ganz, ganz korrekt so. Also, ich stelle mich in Spielen ungeschickt an. Nee, das hat ja nichts mit dumm sein zu tun. Sondern? Wird jetzt hier noch ein Lamba gemacht? Oh, ich bringe gerade ein Lamba um. Jedes Mal, wenn wir zwei irgendwas Video-Wesiges machen, kommen wir am Schluss auf das Thema. Ach so, moderieren und spielen gleichzeitig. Ja, es ist doch eben das Gleiche. Und ganz ehrlich, der letzte, was war das, der vorletzte Stream, der vorletzte Stream, den ich mit der Community gemacht habe. Ich sollte dann nur ein bisschen was ernten und dabei quatschen. Ich habe andauernd irgendwas stehen lassen, die Wendung nicht hinbekommen. Es ist einfach so. Ja, aber das glaubt dir keiner. Das muss man selber machen. Das glaubt dir keiner. Das brauche ich gar nicht mehr erzählen, weil es dir eh keiner glaubt. Ich kann es live bestätigen. Du warst dabei, oder? Ich habe den Spaß miterlebt mit Barter. Er sollte eigentlich wirklich nur Zuckerrüben ernten und hat die ganze Zeit gequasselt und gequasselt und dann hat er mir diese verdammte Kurve übersehen, die plötzlich kam und lag dann im Baum. Also, ja, da war irgendwo ein Baum. Bei mir sind es immer Bäume, egal wo du hingehst, hat immer beschissene Scheißbäume getötet. Deswegen hast du dich gerade eben zum Holzfäller gemeldet, verstehe. Ja, ich will ja jetzt runter zum Stein, ich habe nur ein Problem, meine Welt hat einfach im Leeren auf. Einfach reinspringen. Ja. Das habe ich letztens abgemacht, dann muss ich diskonecten. Dann mach es ausnahmsweise mal, slash, Anstag. Das sagst du Basel mit der Reden. Goldnersteinkommand. Quatsch, Erat, U, N, S, D, A, C, K. Wie der Wusel jetzt gerade in der Konsole guckt und sich gerade kaputt lacht. Wusel möchte sich dazu nicht äußern, okay. Ja, Wusel, Wusel, wie schaut sonst? Nee, ich sehe nicht. Wenn ihr einen Slash vorne macht, sehe ich das nicht. Jetzt, wer hat mich überschreibt. Hartmann. Stuck ist mit U geschrieben, hä? Genau. Was war's? Anstuck wird mit Doppel-U geschrieben. Mann, das hat ja übelst funktioniert. Was habe ich jetzt gemacht? Basel, siehst du das? In-Game im Chat gerade. Äh, Baumi, er hatte 20 Legs. Nee, von Wilpa. Legs. Logs, verdammt. Von Wilpa, die Frage. Äh, wo, wo, was, hä? In-Game im Chat. Drück die T. Ja, okay, du hast General anscheinend nicht an, ne? Nee. Er hat gefragt, darf ich joinen oder soll ich Füße stillhalten? Füße stillhalten. Kann man dann in der Pause machen? Oh. Jetzt bin ich halt für das Leer reingesprungen und ich falle und falle und jetzt wird alles schwarz. Und jetzt falle ich immer noch. Jetzt ist meine, cool, meine Axt ist jetzt ein... Oh, das ist ja cool. Das wäre ein Infinity-Look, wenn ich die jetzt richtigen Himmel hätte. Ja, ja, Basel sieht wie der rosa Elefant am Himmel. Ich wollte gerade sagen, irgendwie in der Schweiz da... ...müsste mal so ein paar Sachen reguliert werden, glaube ich. Über Drogen dürfen ich nicht sprechen. Ja. Ist doch bescheuert, welche zu nehmen. Sonst bleibt ihr noch länger am Platz. Ich brauche wieder Schoki. Da haben wir dann von Spinnen... Apropos. Okay, ja. Gutes Stichwort. Was denn? Schoki? Du kriegst keine. Warum nicht? Du weißt ganz genau, warum. Hast du sie geteilt? Das ist gut. Hast du sie geteilt? Äh... Und dann schicke ich sie jemandem anderen und der teilt dann vielleicht mit dir. Das sehen wir dann. Atmen, Gada. Atmen. Ja, aber... Das war doch... Wo ist eigentlich das Kalender hin, das ich da hingeba... Also... Mikro, alter Griefer. Hast du jetzt eigentlich die Merklinbahn mal gebaut, die hier extra ausgerechnet wurde? Nein. Basel, was ist denn jetzt hier mit Kohle besorgen? Ich komm ja. Ich hab's jetzt nicht geschafft. Die Welt ist jetzt wieder da. Du lässt den Schweizer Kohle besorgen. Könnte sein, dass nicht die volle Summe ankommt. Die Schweizer sind wahrscheinlich beim Kohle besorgen. Ein bisschen effizienter als andere. Gada, kommst du mal in die Mitte der Brücke so? Also neben das Schiff? Ähm... Warum? Weil, dann kannst du schon mal hier weiterarbeiten. Machst ja bestimmt nix. Doch, doch. Er hilft mir. Bei Arbeitsverteilung. Ach, da bist du eh. Oder wer spukt da rum zwischen den beiden Wagen? Was möchtest du denn? Ja, in diesem Kart, was ich ziehe, sind schon mal 14 Generatoren. Die kann ich schon mal irgendwo hinsetzen. Ja, der stellt das Kart dahin. Ich muss noch ein neues Holz holen. Dankeschön. Läuft. 14 Generatoren. Die müssen auch noch auf das Schiff, ne? Nur so nebenbei. Ach, die können da drunter. Nix da. Das wird vernünftig gebaut. Muss ja keiner mitnehmen. Nein, hier wird nicht geschummelt. Weil du weißt ja, wer schummelt, hat einen kleinen. Hm, hm. Gibt's jetzt schon eine Studie? Da steht schon wieder ein Kart mitten im Weg. Das weiß ich auch nicht. Gibt's jetzt so eine Studie, Basel? Bestimmt. Keine Ahnung, brauchen wir das kleine G. Das, hä? Da ist die Frage, ob das eine Korrelation ist oder eine, ne? Eine Korrelation oder eine Kausalität ist, das muss man bei sowas immer... Eine Mordkorrelation oder Asyd? Das war schon, also das war schon wirklich sehr, sehr schlicht, oder? Da? Da ging's dann. Auf jeden Fall, ich lache. Da ist die Hölle. Alter. Ähm, ich könnte jetzt so langsam mal Rohre gebrauchen, damit ich die Fabriken in Gang schmeißen kann. Wer macht denn die Rohre? Die sind in Produktion. Okay. Von Heiko hört man, nur Emo läuft. Der hat den Sorg. Läuft, ist da, sind in Produktion. Der einzige Effizienter hier. Gestern schon. Unglaublich. Eine Petzelise. Kennt das jemand? Mhm, sehr alt. Mhm. So. Huch. Ja, Stimmung ist im Keller, hervorragend. Ist ja jetzt fast so hier wie bei Hopfwachprojekt. Warum ist das die Stimmung im Keller? Ja, wir lachen und scherzen vor der Aufnahme und kaum läuft das Ding. Weiß keiner was sagen. Soll man sagen, wann das läuft? Wer hat denn Lust, die Fabrik so weit umzubauen? Ich nicht. Verdammt. Nicht alle gleichzeitig. Ich muss jetzt Kohle machen hier. Ja, Schweizer wieder. Haben wir denn mittlerweile genug Lamber oder? Also wir sind ja hier oben immer noch fleißig am Feld. Wo sind denn jetzt hier die verdammten Generatoren, diese Dinger da? Nico, du wurdest gerade was gefragt. Wie viel Lamber brauchst du noch, Nico? Das kann ich so nicht abschätzen. Zehn oder hundert oder tausend? Ungefähr. Mehr so im vierstelligen Bereich. Alles klar. Dann machen wir hier oben weiter. Also ich hatte in den letzten Meetings und Co. halt hinreichend Lamber hingestellt. Ich hoffe, der reicht. Also nicht Lamber, sondern Bäume. Also Lamber am Stück sozusagen. Was? Lamber am Stück. Zur Not haben wir ja noch Bäume bei der Schmiede und so. Nein, mein schöner Eichenwald, MDB. Den kümmert der niemand. Gipfel haben wir hier langsam erreicht, würde ich sagen. Das ist ja wohl der Gipfel aller Zeiten. Aber da unten ist von unterhalb des Weges zur Destin ist ein Bäröckenwald. Da könnte man sich vielleicht auch mal ein bisschen glücklich dran tun. Auf jeden Fall fände ich gut, wenn du vielleicht die Generatoren irgendwann einbaust, dass sie nicht auch mal verschwinden in diesem komischen Holzkistchen. Ja, ich gucke mal, wo du den geschmissen hast. F1 Tomcat. Wo ist der denn hingestellt? Laut der Karte müsste ich eigentlich nur den... Ich seh das Karte nicht. Durch den Wald rechts lang laufen, da kommt der genau auf die Spiele zu. Ich seh das Karte nicht. Hast du gerade F1 Tomcat gesagt? Also wenn du von meinem Karte redest, das ist nicht die F1 Tomcat, sondern die F14D Super Tomcat. Nee, Divo, seh ich nicht. Ist unsichtbar. Kannst du es in meinen Karte reinpacken? Dann seh ich es wenigstens. Nein! Doch! Nicht ah! Oh! Ah! Und Nico, wer war das? Welcher Schauspieler? Das ist gemein. Ah, nee! Bei Link sehe ich es, Divo. Bei Link sehe ich es, kann es wieder gehen. Tschüss! Die soll ich jetzt irgendwie in ein Schiff einbauen. Na wunderbar, da wird Nico sich aber freuen. Ja, aber so, dass noch mal so viele Längen passen. Ja, 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 hab ich schon verstanden. Nicht ganz so viele. Man sieht, wie du fährst. Was? Nein, da kam gerade einer gedriven-kartet. Alter! 34. Wo ist denn eigentlich die Kartoffel? Die ist verschweigsam. Äh, der muss, dem sein Internet war plötzlich plüsch und dann kommen sie immer zurück. Oh. Er hat sich ausgetrocknet. Schade. So. Aber das erinnert mich voll an ein Projekt während eines Praktikums von mir gerade. Also mit den Zuschauern möchtest du nicht reden, nur mit mir, oder wie? Wieso? Hä? Was? Apropos mit den Zuschauern reden. Ich warte da immer noch. Nicht sagen, worum es geht, bitte, weil es ist noch streng geheim, aber ich warte da noch auf einen Termin, Herr Dings. Herr Bert. Schon seit Längerem. Du erinnerst dich vielleicht. Es ist schon was her, aber... Und der Seidrich ist sehr, sehr traurig, dass es immer so lange dauert. Hä, wer ist denn jetzt gemeint? Du bist gemeint, Debo. Wo warst du schon einen Termin? Ja. Du bist zum Friseur dabei. Das sollst du nicht aussprechen, Debo, weil das ja noch nicht offiziell... Doch, du solltest einen Termin mit jemandem machen. Friseur. Ja. Nico, das ist, wenn ich die Generatorin hier unter Deck stellen soll, zu niedrig, es muss höher. Wie hoch denn? Setz doch mal so einen Generator hin. Ja, wir wollen mal gucken, den können wir hier unsere Maschine rummachen. Wir wollen mal gucken, wie rum ich den jetzt hinstelle. Ich würde sagen, andersrum. Mit dem Schornstein nach außen. Und zwar... Achso, okay. Auf jeden Fall stand ich mal... Äh, okay, nicht Gada, sondern Zuschauer. Sind wir jetzt hier oben gar keine Holzfeuer mehr zugange... Holzfäller mehr zugange? Warum geht das nicht? Ich weiß das nicht. So, also nicht Gada, sondern Zuschauer. Ich stand mal in so einer Maschinenhalle von so einer großen Zentrifuge. So, wie? Was? Das ist eine Kombassschmärung? Ach, kein Wort mehr. Naja, also... Also, ähm... Nee, aber das musste so enden. Können wir das so bauen? Äh, okay. Dann... Nee, nee, ich wollte... Also, wie ist es denn hier vorne? Ja, zu tief. Äh, zu lang. Zu hoch. Zu flach. So wie die Welt halt. Wir müssen ja davon jetzt 24 Stückchen hinbekommen. Wenn du hier so ein Bötchen, so ein Papierbötchen hinbaust, das reicht nicht. Man kann die sicherlich auch irgendwo in Unterwasserkästen... Nein. Doch. Nein. Wir machen das mit dann richtig. Kann man vielleicht, wollen wir aber nicht. Ja, dann... Da hast du keine Lust mehr, ne? Werde ich mich... ...jetzt unter Protest darauf... ...ausrichten, das Boot höher zu bauen. Das ist in Ordnung. Und länger und breiter. Nein und nein. Ja, dann müssen wir so hoch bauen, dass wir zwei Etagen Maschinenraum haben. Und das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Dann bauen wir oben noch Windkraftanlagen. Auf dem Boot. Auf separaten Pontons. Daneben. Hinten das Schiff. Ich hab heute auf jeden Fall ein neues Freiburg gehört. Das erinnert mich an die gute Diskussion, warum man an Schiffen nicht Wasserräder anbringt. Damit man gleich Elektroakkus damit aufladen kann. Und damit weiterfahren kann. Das funktioniert, das gerade teuer ist. Da müssen wir das ein bisschen diskutieren. Funktionieren tut es schon. Du verbaust halt nur mehr Diesel für die Motoren. Oder du nimmst die Solarpanels aus so einem Bestützungsnilfe. Weil dann könnte man die Energie, die man zum Fortbewegen benutzt, gleich dafür benutzen, sie wieder zum Fortbewegen zu benutzen. So ein bisschen so wie diese grenzdebilen Verschwörungstheoretiker. Die, die einem erzählen wollen, wenn man im Boot sitzt und dann irgendwie vor das Segel pustet, das, äh, nein. Das geht in der Tat nicht. Und wenn es der böse Wolf aus der Geschichte ist mit den drei Schweigen? Nein, dann fällt das Boot ja um. Das ist wieder was anderes. Um, wenn es ein Stein gebaut ist? Aber ich glaube, der aus der Geschichte, der pustet auch. Der pustet gar nicht. Debo, was war denn jetzt? Als du standest vor einem großen Zentrallager oder was war das jetzt? Nein, vor einer Zentrifuge. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Termin? Ist dir immer noch nicht eingefallen, was ich von dir da hören wollte? Ja, so halb. Ja, warum ist das immer noch nicht erledigt? Was ist da los? Ist ja selbst der Basel schneller. Part 2 schuld. Hey! Debo nicht. Wer ist denn schuld? Der zweite Part. Eigentlich stimmt das gar nicht. Eigentlich bist du schuld. Wir haben schon mal einmal gefragt. Nein, also mich nicht. Ich habe gesagt, macht mehrere Vorschläge, nichts ist passiert. Ach so. Ja. Ja. Das müssen wir aber verschieben. Das sind wahrscheinlich Technikprobleme. Ah ja, okay. Ich brauche einen neuen Hammer. So, jetzt. Das ist rot geworden. Der ist immer rot. Was war jetzt das mit den Lehrlingen? Erzähl mal. Nein, nichts mit Lehrlingen. Da war so eine riesige Zentrifuge, wo ich vorstand, die auch ein paar Tonnen gewogen hat. Hast du Urana gereichert wieder? Nee, äh. Also doch, aber du kannst es jetzt nicht sagen, weil sonst kommen die Russen und verklagen nicht mehr. Nein. Was denn jetzt? Erzähl doch einfach mal. Das war ein Ungefährzweitenkern, der sich gedreht hat mit so einer Anlage drumherum. Und davon hatte eine US-Firma 64 Stück bestellt, die auf einem Schiff montiert werden sollten, weil da mit Ölfeldern abgefahren werden sollen, um das Wasser von dem Öl zu trennen. Mhm. Und das ist ungefähr so ziemlich das gleiche, was ihr da gerade baut. Wobei ich den Sinn noch nicht ganz verstanden habe. Warum macht man das? Nee, was ihr macht oder was ich erzählt habe? Nee, was du erzählt hast. Warum macht man das? Hä? Warum man Öllachen auf dem Meer wegmacht? Ach, Öllachen! Das habe ich ja groß nicht verstanden. Okay. Also, du fährst auf so ein Öl-verschmutztes Meer am Quartal und kannst da das Öl von dem Wasser wieder trennen. Ja. Ich habe das akustisch für mich verstanden. Warum stehe ich hier wieder ein Kart auf der Rampe? Die Pinkfile können doch nachher viel besser durch die Luft bleiben. Ist es dein Kart? Das Kart hier vor mir. Ist es deins? Auf der Rampe? Nicht meins. Ähm. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderoll.de Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.